Ich wollte mal was anderes. Ich hatte irgendwie 18 Jahre die gleiche Frisur und hab dann immer Frauen gesehen wie Barbara und dachte, das ist aber apart, so ein bisschen kürzer und das ist ja... Und dann hab ich's gemacht und jetzt hab ich's gemacht und jetzt sehe ich Frauen wie Kim und sage, so lange ist aber auch schön. Bei mir ist es auch beim Essen geht. Ich finde immer das interessanter, was auf dem Teller des anderen ist.